Sind Blitzerfotos von Radarfallen illegal? Es gibt neuerdings Gerichtsentscheidungen, die darauf schließen lassen. Und es gibt etliche Zeitungen von der BILD bis zur Wirtschaftswoche, die rasern da einige Hoffnung machen. Kann man jetzt also Bußgeldbescheide wegen Geschwindigkeitsüberschreitung leicht lächelnd zerreißen? Ich würde sagen, Vorsicht! Alltag auf Deutschlands Straßen. Verhasste Verkehrskontrollen. Solche Geschwindigkeitsmessungen. Oder solche. Und gerne auch mal so. Per Video. Eine Kamera filmt alle durchfahrenden Autos, egal wie schnell sie sind. Kennzeichen und Fahrer sind dabei leicht zu identifizieren. Anhand des Videos stellt der Ordnungshüter die Geschwindigkeit fest und verfolgt später die Temposünder. Doch ist diese Praxis rechtens? Das Bundesverfassungsgericht entschied im Sommer Nein. Nach Ansicht der Karlsruher Richter verstößt das pauschale Filmen aller Autofahrer gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Zulässig wäre es nur mit einem Gesetz. Doch für die Videomethode gibt es ein solches gerade nicht. Gestützt auf diese höchstrichterliche Rechtsprechung gehen einige Gerichte nun noch weiter. Auch die Blitzer-Methode sei jetzt illegal. Für alle, die in die Radarfalle getappt sind, hieße das, gute Chancen straffrei davonzukommen. Das zumindest behauptet ADAC-Anwalt Klaus Kuklik, denn Wir haben es also mit einem einzelnen Foto zu tun. Und das Gericht war der Auffassung eben, dass das eben den Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Dafür keine Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist. Und deshalb das Foto nicht hätte erhoben werden dürfen und nun auch im Verfahren nicht weiter verwertet werden darf. Heißt das nun tatsächlich, dass alle Temposünder, die per Foto erwischt wurden, nicht mehr zur Kasse gebeten werden können? Unsinn, meint ein anderer Verkehrsrechtsanwalt. Also ich kann sagen, bei all diesen Messverfahren, die verdachtsabhängig erst Aufnahmen machen, die sind völlig eindeutig verwertbar. Die Polizei braucht also einen Verdacht. Einfach mal so alle Autofahrer filmen, auch die, die sich korrekt verhalten, das geht nicht. Aber Blitzer knipsen nicht einfach so. Nur bei überhöhter Geschwindigkeit lösen sie aus. Und ist das gemessene Tempo dann nicht Verdacht genug? Einige Amtsrichter meinen nein. Maschinen könnten keinen Verdacht haben. Radarfotos daher illegal. Völlig daneben dieser Auffassung, meinen die Experten. Diese Theorie ist meiner Überzeugung nach Quatsch, denn es kommt nicht auf das Gerät an, sondern es kommt auf den Gedanken, der hinten dran steht, von den Beamten, von den Beamten, die das Gerät aufgebaut, installiert haben. Und das Gerät löst natürlich nur aus, wenn tatsächlich die Bedingungen, wie sie vorgegeben sind, erfüllt sind. Und das bedeutet Verdacht. Wir haben in der STWO eine Vorschrift, die Bildaufnahmen erlaubt, wenn ein konkreter Verdacht besteht. Ist Blitzen also doch legal? Das würde bedeuten, dass gezahlt werden muss. Aber? Ich habe Zweifel, ob die bislang genannten Vorschriften geeignet sind, diesen Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Solche Zweifel kennt er allerdings nicht. Das Gesetz erlaube ganz klar Observierungsfotos. Blitzerfotos seien daher erst recht legal, denn ... Wenn ich observieren darf, das hat ja schon seine Gründe, da muss ich doch erst recht aufnehmen können, wenn ein konkreter Verdacht besteht. Muss nun gezahlt werden oder nicht? Juristen streiten. Und die Blitzurteile der Justiz führen zu solchen Schlagzeilen. Viele Raser glauben jetzt, sie könnten ihre Knöllchen ignorieren. Das verärgert. Ich meine, das ist sogar unverantwortlich, wenn durch solche Meldungen der Eindruck erweckt wird, wie wenn man zu schnell fahren könnte, zu nah drauf fahren kann, Abstand nicht einhalten und es würde nichts passieren. Trotzdem, wer sich unbedingt vor dem Bußgeld drücken will, der kann es ja mal probieren. Denn ob Blitzerfotos nun illegal sind oder nicht, muss erst noch höchstrichterlich geklärt werden. Allzu viele Hoffnungen sollte man sich aber nicht machen. Das war's. 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 Das war's.